So, da sind wir wieder und wir wollen einen mysteriösen Dolch erzeugen, und zwar mit einer Gips-Mischung. Schön umrühren und rein damit. Können wir den nochmal überprüfen, ob das wirklich die Mordwaffe war, indem wir den nochmal in die Leiche reinschieben. Das wäre ganz schön aufwendig, wenn es doch nicht die Tatwaffe ist. Aha, es war Watson, der jetzt wieder die vorherigen Schlüsse gezogen hat. Ja, die machen wir aber unterwegs und zwar, wir fahren jetzt ins Frigidarium. Das ist zwar verschüttet, aber es kann uns ja wurscht sein. Wir haben jetzt noch drei Hinweise mit diesen Göttern und eine Mitras-Kultnummer, die wir mit irgendjemandem besprechen wollen. Aber mit wem, wer weiß denn da Bescheid drüber? Von einer von den dreien. Schauen wir uns doch erstmal in die Terme, oder? Ja. Die Frage ist, wie wir da reinkommen. Wahrscheinlich müssen wir der Polizei sagen, dass sie das leer wollen. Ha, endlich mal eine Herleitung auf offener Straße. Die Gussform, gekrümmte und scharfe Waffe und zack. Möglicherweise Silberwaffe und da haben wir, mit der Gussform wurde die Tatwaffe hergestellt. Sagt er jetzt, aber das muss ja nicht sein, oder? Versuchen Sie mit den gefundenen Materialien einen silbernen Dolch herzustellen. Ach du Scheiße. Ja, aber wie denn? Hat der jetzt die Gussform dabei? Kann ich die dann... Kann ich die zu diesem Ding wieder benutzen? Da in dem Kohlenbecken, aber... Nee, in der Wohnung. Aber habe ich da was, wo ich Silber einschmelzen kann? Ich muss da Silber einschmelzen. Scheiße. Oh. Na immerhin fahren wir da wieder hin. Vielleicht können wir da einlösen. Ah. Siehst du da. Danke, Herr Phillips. Lass uns trotzdem schwarzens halber mal bitte in das Ding reingehen. Dann sprich ich mal kurz an, den Minister Phillips. Nochmal kurz zum Tatort. Mhm. Nur mal schauen, ob man da hinten irgendwas kann. Das hat doch bestimmt auch noch was mit diesem Hebel auf sich. Dass man irgendwie rekonstruieren muss, was man sehen kann und was nicht, oder so. Nee. Betätige den doch noch mal. Hier kann ich nichts mehr machen. Das habe ich alles schon gesehen. Den Hebel. Ob man überhaupt noch mal in... Ah, okay. Jetzt schau dich noch ein bisschen um. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass das... Dass man da irgendwie nachkonstruieren muss, wie viel denn Zeuge hätte sehen können oder nicht. Also das wird sich irgendwie anbieten, aber... Irgendwie geht es hier inzwischen gar nicht mehr um den Raum. Hm. Hm. Ja. Jetzt ist das auf Silent Hill. Kann ich jetzt auch nicht rausgehen. Den Armen kannst du gut allein lassen im Dampf. Boah, bin ich auf die Silent Hills gespannt. Ja. Franz. Wie fies der zweite Trailer ist, gell? Ja. Mit diesen Würmern oder was das ist. Einfach mit dieser riesen Hand. So. Na gut. Dann schauen wir uns das mal an. Na, da muss ich mich gespannt. Sieht ein bisschen aus wie ein Unreal 1. Kann das sein? Eins? Ja. Also so vom... So Ruinengänge und Pflanzen und so. Boah. Sieht ein bisschen besser aus zwischen. Vor allen Dingen, wie geil ist denn das bitte eingestürzt, dass sie das so gut konstruieren konnten, dass sogar die Tür da wieder steht. Tja, das ist halt die englische Polizei. Die kann das. Aber hier ist glaube ich dann auch schon... Da ist irgendwas mit den Göttern. Untersuch doch mal den Helm, der da vorne lag. Ja. Das hat irgendwas mit den Göttern zu tun, die ich da gefunden habe. Das... Den kann ich jetzt zum Beispiel drücken. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich erst wissen will, warum ich den drücke. Oder was hier noch so alles gibt. Viel Folge teilen, keine Free Hugs. Da ist der nächste Schalter. Okay. Hier ist ein Schiff. Einäugiges Gesicht. Das ist der Zyklop. Oder Stauffenberg. Wahrscheinlich öffnet sich dann der Zugang zu dem geheimen Mitras-Tempel. Und der Serotny war zu blöd, das zu merken, oder? Da ist wie dieser komische Mund da in Rom, oder wo das ist? So ein... Wie heißt denn der? Wo man mir die Hand reinstecken kann. Ach so, ja, ich weiß. Hermesstab. Dreizack. Und in das Wasser kann ich aber nicht rein, oder? Ob man die Figuren braucht, die da standen. Warte mal, geh mal kurz an deine Notizen. Welche Figuren standen denn da? Ja. Ich habe Minerva, das ist der Helm, der Dreizack, der Einäugige und das war's. Dann drück doch mal die... Und dann gibt's noch das Silber, da haben wir... Das machen wir nachher. Ach, den können wir dann einschmelzen, genau. Dann drück doch mal bitte die drei. Also Dreizack, Helm und Einäugiger? Ja. Wenn's so ist, dann war's nicht das schwerste Rätsel. Skorpion ist falsch. Das war nicht das letzte. Kranz. Was ich in dem Fall auch wieder kurios finde. Bis jetzt eigentlich noch überhaupt kein Anzeichen. Schau mal, da tauchen Symbole doch auf, oder? Wo? Ne, wenn du schon mal den Knopf hingedrückt hast. Ja. Ist das denn da jetzt? Ach stimmt, da ist was, ne? Was hat's denn damit jetzt auf sich? Boah. Schiffesfall. Ne, von den drei Typen, die da drinnen saßen, guckten jetzt keiner irgendwie. Ansatzweise so vor, als könnte er irgendwas getan haben. Das hat jetzt auf jeden Fall schon mal nichts gebracht. Außer, dass wir irgendwas, diese komischen Symbole da sehen. Ja, das... Bringt aber auch nichts. Ne. Soll ich die anderen vielleicht auch mal drücken? Ne. Dann würde ich lieber mit dem Dolch nochmal romantieren. Wir sollten mal rauskriegen, wer uns noch was zu diesem Mithras-Tempel sagen kann. Das sind schon irgendwie... Sieht aus wie drei so Symbole, die wenn man übereinander legt, dann entgibt sich da irgendwas oder so. Aber sonst war hier doch auch nichts, oder? Dann fahr ich jetzt nochmal zum Yard und schau, was die sagen. Wollen wir vorher den Dings noch einschmelzen? Den Dolch? Meinst du, das können wir daheim machen? Probier mal. Wo soll man da jetzt hin? Bei einem Kohlebecken ging es jedenfalls nicht. Das ist Hochofenhausen. Geht bestimmt da. Wohl im Ruhrpott. Da wird aber auch nicht mehr so viel eingeschmolzen, glaube ich. Das ist doch alles nicht mehr so. Silber-Experiment. Siehst du? Okay, das wäre ja auch ein bisschen... Wie viel waren es? 900 Grad, oder was? 900 Grad sind es, ja. Zack. Und beim Bleiwiesen. Nur, dass man dafür keine 900 Grad brauchen. Und dann kann ich weiter gehen. Und da ist er. Schön ist er. Wir sollten... Na ja, dann gehen wir mal zum Yard. Ja, ich kann den auch noch mit. Ich weiß nicht, dass wir immer da... Im schlimmsten Fall zeigen wir jetzt gerade mal, was für einen geilen Deutschen wir haben. Ich möchte diese Eisnummer aber trotzdem nicht aufgeben. Weil das alles viel zu... plausibel jetzt schon ist. Convenient ist, ja. Ja. Gut. Also zum Yard. Halt. Ja, aber für die Eis-Theorie... Gibt es zu wenig Hinweise. Gibt es zu wenig Hinweise. Das dünne Blut und... Ja, aber das ist alles so... Der Eis, der Champagner und so. Vielleicht ist das so das letzte Puzzlestück. Ich weiß nicht. Ich bin nicht begeistert. Nee, das ist... Nee, das ist zu wenig. Zu wenig Hinweise. Jetzt finden wir erstmal raus, wer uns darüber was erzählen kann. Jetzt wollte ich ja... Das habe ich jetzt eigentlich während der Kutsch vorhin, habe es wieder vergessen. Ach so. Silberdolch. Wir können mit Hilfe der Hinweise von Tatort ein Silberdolch herstellen. Und Britannia-Silber wurde im Kohlenbecken gefunden. So, das passt natürlich zusammen. Der Mord wurde mit einer Waffe aus Silber gegangen, die nach der Tat im Kohlenbecken eingeschmolzen wurde. Ja. Klingt gut. Klingt plausibel. Geht da nicht. Jetzt haben wir nur noch die Notizen. Bemerkenswerte Entdeckung. Damit ist das ein Frigidium. Frigilfe. Dings da gemeint. Kamente und Champagner. Die passen alle nicht zusammen. Ich mache jetzt trotzdem mal die... Probe. Nee. Genau. Nee, da geht noch nix. Mit wem sprechen wir jetzt? Wer könnte uns dazu was sagen? Kann ich mit Leu Strat auch reden? Hier war ja beweisemäßig nichts mehr, oder? Kannst du mal in deinem Büro reinschauen? Jetzt warte mal, wie hieß... Ich lass mir noch mal hier kurz das Taschentuch anschauen. Sonst ist es nicht grün. RP. Oder steht Leu Strat vielleicht noch vorne im Hauptraum? Da steht er doch, oder? Da steht nur er hier. Schau mal, da ist das nicht unser Harponier. Nee. Den haben wir ja aus dem Land gejagt. Der ist aber recht eng. Den haben wir aus dem Land empfohlen. Möchte ich behaupten. Ja, irgendeiner von denen muss uns ja was dazu sagen können. Ja, Mithras Kult. Das ist, glaube ich, eher er hier, oder? Mit seinem Aberglaube. Aber der müsste doch dann wissen, dass es kein Golddolch ist. Aber vielleicht hat er sich ja vertan, weil die Brüder nicht aufhatte. Vor allem kann der das doch bei dem Liebe ganz besiegen. Wir sind nicht die wertvollen Menschen. Aber Herr Rodney glaubte, dass er war. Er war falsch. Ich habe Visions. Der goldene Knopf, die Mutter. Es ist all meine Schuld. Schau mal, Herr Garrow. Aha. Zumindest gibt es eine Deduktion. Schauen wir mal, was er noch weiß. Aber der weiß zumindest von der Mumie und dieser Haltung. Was kannst du mir erzählen über Mithras erzählen? Oh, so viel. Es war der Grund für unsere Arbeit. Warum fragen Sie? Warst du den Golden Knopf? Ich sehe, du bist ein Amateur. Ja. Der Golden Knopf war unser Grail. Es ist gesagt, dass es nur den Text beschwingt das Ritual der Mithras. Ich verstehe. Ich habe etwas über Immortanz. Ein Myth. Der Knopf würde nur für die Worte. Und es ist Kürst. Und es würde Sie, wenn Sie nicht initiiert werden. Warst du den Golden Knopf finden? Herr Rodney dachte, dass es da sein könnte. Warst du den Knopf? Sie sind so großartig. Und wir haben uns gedacht... Es ist eine Tragedie, dass er hat er ausgeschlagen. Und er nimmt alle seine Erinnerungen mit ihm. Als nächstes er eröffnet wurde, werde ich mit Herrn Rodney in seiner Erinnerung fortsetzen. Würde ihm natürlich ein Motiv geben, oder? Ja. Ja, aber irgendwie... Weiß ich nicht, der klingt einfach nicht so. Aber irgendwie sind sie alle nicht so richtig. Nee. Ich könnte mir inzwischen schon fast vorstellen, dass sie... Mithras, ich verstehe. Ja. Sie sind das, was das hier remarkable ist. Und das ist warum Herr Rodney kam hier? Er glaubt, dass das Golden Knife, das ist ein älteres Ritual-Item, war irgendwo irgendwo in den Barsen geblieben. Ich verabschiede, dass es wunderbar wäre, wenn es wahr wäre. Und du bist nicht über die Reputation dieses Artefaktes? Ach! Du meinst die Kürze? Bevor jemandem tot ist, ist es eine Schmerz. Nachdem sie tot sind, dann wird es dann eine Kürze. Puh! Schauen wir mal, was die Deduktion... Ich habe eben gerade kurz überlegt, ob das eventuell der... der Dings selber dieses Ritual ausgeführt hat. Das ist ein Rodney. Wenn er selbst Mord war, aber wenn da jetzt drei Typen in dem Bad mit drin sitzen, dann... Und einer glaubt an diese ganze Geschichte so gar nicht. Warum sollte der da jetzt nicht was sagen? Andererseits, sie haben ihn nicht gesehen. Ich glaube, das ist jetzt wieder die interne Spiellogik, aber es muss ja kein Mord gewesen sein. Es kann ja auch sein, dass irgendwas schiefgegangen ist, oder dass der sich selber gerichtet hat, oder was weiß ich was, oder mit dem Dolch sonst was passiert ist. Und der einzige Zeuge, der den hat fliegen sehen oder so, ist ja dieser Gero und der ist ja komplett durch. Das kriegen wir jetzt hier auch gerade raus. Wir sehen wahrscheinlich dann eh wieder, wie sich alles zusammenfügt. Schauen wir mal. Der leidet unter seiner extremen Infektion auf dem Mitras-Fluch. So sehr, dass er seine Obsession in Wahnsinn getrieben hat, was durch das Medikament, das er einnimmt, nur noch verstärkt wird. Klingt nicht... Unglaubwürdig. Nicht unglaubwürdig, ja. Gero leidet an Melancholie, ein Opfer der Übermedikation, was seine Halluzinationen und sein Verhalten erklärt. Der Schock über Sir Rodney's Tod hat seinen Zustand noch verschlechtert. Aber das ist doch das Gleiche. Ja. Der wirkt jetzt auch nicht wie so ein Täter, oder? Was würdest du sagen? Nur mal Gero's Krankheit. Schauen wir mal, was da rauskommt. Nichts Besonderes. Also bei der letzten Expedition können wir auf jeden Fall noch was machen. Bei der letzten Expedition? Weil da oben ja noch immer irgendwas ist. Ja, das große Geheimnis. Oder ist das schon, dass das abgehakt ist? Ah, warte mal, das muss ich noch aktivieren, oder? Nee, das hatte ich schon. Ich könnte mal hier probieren, wenn ich das umschalte. Dann fügt sich das zusammen. Methode Silber durch. Genau. Kann man machen. Wenn ich jetzt aber sagen würde, das Wasser im Blut hat mit etwas anderem zu tun. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal... Achso, die haben wir ja gerade schon genommen. Gero's Schwäche, ich meine schon, was das bringt. Achso, das würde hier mit den Sachen nicht zusammenpassen. Ich glaube, wir müssen noch mehr, wir brauchen mehr Hinweise. Ja, aber welche denn? Ja, wir müssen das Geheimnis mit diesen Statuen lösen. Lass uns aber nochmal hinfahren. Lass uns aber nochmal hinfahren. Ah, warte mal. Hm? Äh, warte mal. Götter des Krieges, Neptun. Kannst du nochmal kurz... Wie waren denn die Symbole? Vielleicht sind es nicht die direkten Symbole, sondern die in deren Verhältnis sie stehen. Dass es da eher das Schiff quasi ist. Zum Beispiel bei Neptun. Statt der Dreizack. Wäre aber sehr merkwürdig, weil halt gerade hier auch genau die halt zu sehen sind. Also hellen Dreizack, einäugiger. Man könnte natürlich probieren, dass man alle drückt, außer denen. Aber das ist auch seltsam. Und die waren noch an der Ausgrabungsstätte. Wo fahren wir jetzt nochmal hin? An die Ausgrabungsstätte, ne? Nee, jetzt fahre ich gerade nochmal in die Therme. Achso, nee, fahren wir zur Ausgrabungsstätte. Ja, aber da hieß es ja eigentlich alles weg. Und was es mit dieser Armbrust auf sich hat? Ja, deshalb. Wobei es irgendwie auch aussieht, als diese komischen Symbole, wenn ich die Schalter reindrücke, da war ja auch irgendwas zu sehen. Aber die hat ja Holmes nicht mal angeschaut. Oder müsste ich die vielleicht speziell nochmal anschauen. Dass er dann aus den dreien irgendwie so dieses Drehsymbol macht oder so. Stimmt, wir haben die Tasten gedrückt und haben danach nicht nochmal jetzt speziell rauf geguckt. Aber hier gab es ja noch das Seil und die Armbrust, die aber noch nicht zusammengebaut war. Ich habe allerdings noch keinen Antrieb gefunden, da jetzt das hier zusammenbauen zu können. Also, ich gehe jetzt nochmal in die Therme. Ich glaube, ich habe das nicht genau angeschaut. Ach, ach, ach. Schwierig jetzt gerade ein bisschen. Ja. Mir fehlt auch ein bisschen das Motiv so richtig und dass die Hinweise plausibel sind bei den Herleitungen. Ja. Die drei sind auch, also ich sehe bei keinem so richtig einen Mord. Das ist so ein bisschen das, was mich jetzt irritiert, wo ich jetzt eher glaube, dass es vielleicht so ein schiefgegangenes, eigenes Experiment ist. Ja. Ob er vielleicht nicht wusste, dass der Dolch Gold sein muss? Vor allem, wir haben den ja nicht aus, der war ja nicht aus Gold, der Dolch. Sondern wenn dann halt aus Silber. So, hier habe ich den Helm jetzt reingedrückt. Untersuchen. Symbol. Symbol, aha. So, und das schaue ich mir jetzt nicht bei den anderen Beinen auch nochmal an. Das habe ich ja vorher nicht gesehen. Spinne. Das wäre nett, dass sie da sogar an die Fische gedacht haben. Stimmt. Das ist Symbol. Ja, immerhin sind die dann untersucht. Ja, da ergibt sich schon gleich was. A hidden symbol. Ah, was ist der? Ah, okay. Jetzt kommt nämlich diese... Jetzt schiebt das zusammen. Ah, okay. Ach, okay. Jetzt müssen die irgendwie ineinander greifen. Boah. Gut. So, vielleicht... So, vielleicht... Naja... Ohja, warte mal. So, vielleicht Wollen wir jetzt noch er hier Ha! Ha! Geil! Sehr schön Das ist ja cool Und gleich, hier war das jetzt Da hinten Cool Voll Ist ja auch Possessence Creed bei ein paar Rätseln so Im Vierer Wo man das nicht mal so hindrehen muss Das ist eigentlich total lustig immer So, Schätzchen, was verbirgst du denn? Geheimgang Yes Was hinter diesen Ne, ah, jetzt wollte ich gerade die Folge beenden Ja, mach ruhig Aber ich schaue noch kurz in den Schacht runter Wo ist der jetzt aufgegangen? Hä? Da Ach, da hinten Cool Ja, jetzt darfst du die Folge beenden Gut, alles klar Dann beenden wir die Folge an dieser Stelle Und am nächsten geht es dann weiter Zum Glück sind wir ja jetzt ein bisschen schlauer gewesen Jetzt zog sich das doch ein bisschen Die Suche hier Aber, ja, jetzt scheint es wieder ein bisschen Schwung aufzunehmen Bis dann Ciao Ciao Ich habe das nicht so Ich habe das nicht so Aber ich habe das nicht so Wenn ich glaube, das ist Ich habe hier Weil ich habe das nicht so